Herzlich Willkommen zu Yu-Hi-Us of the Storm! Ich will jetzt mal mit der Name kurz entscheiden. Mit mir, Aresu, mit Lily, das ist diese Kerle hier. Und mit ein paar neuen Talenten, meine Güte. Nein, keine neuen Talente. Ah doch, den Wasserdrafen kann ich jetzt hier benutzen. Ist natürlich doof, dass ich den jetzt nicht für die angemessene Ulti halte, deswegen... Im Gegensatz zur Ulti, die man vorher benutzen kann. Das ist ein großes, großes Fass, durch das man einen großen, großen, sehr mächtigen AI-AI macht. Und der Wasserdrache ist ein großer, großer, mächtiger Schadens- und Verlangsamungs-AI. Also ich weiß nicht, ob mächtig und groß, aber ich nehm's an. Ich habe beide im Prinzip die gleiche Aufwertung auf Level 20, nämlich dass es die doppelte Anzahl ist. Einmal zwei Drachen und das andere eben zwei Fässer. Leider kam ich bis jetzt noch nicht dazu, das wirklich so auszuprobieren. Weder im Koop noch im letzten Spiel Schnellsuche, bei dem wir leider etwas vollkommen runtergegangen sind. Und die Team-Koordination liest zu wünschen übrig. Ich hoffe, das bessert sich in den höheren Rängen. Ich hoffe auch, dass ich irgendwann durchschaue, wie genau die Struktur hier ist. Weil in League of Legends ist es einfach, man bekommt's inzwischen vorgegeben. Und früher hatte man's auch quasi vorgegeben. Da wurde's einem einfach so hoch eben erzählt. Beziehungsweise es hat sich einfach ergeben, dass man zwei Leute auf der Top hatte, zwei Leute unten, einen dann in der Mitte. Die neueren League of Legends Spieler und auch die, die sich einfach nicht mehr an die Anfangszeit erinnern wollen, werden jetzt sagen, aber Eresu, man hat doch nur einen auf der Top und einen im Jungle. Ja, theoretisch schon, praktisch damals auch, aber praktisch eben damals nicht nur. Damals war es auch durchaus noch legitim, zwei Leute auf der Top zu spielen, ohne dass man wirklich darüber gemeckert hätte. War eben wirklich kurz nach dem Final Release, als ich damals gespielt habe. Also nicht so extrem kurz, aber kurz. Die Map hier erkläre ich noch schnell, für die Leute, die sie noch nicht gesehen haben. Ja, kontrolliere die Schreine. Es gibt einen im Norden und einen im Süden. Die werden wie die Beobachtungsposten eingenommen, zu heißen, man stellt sich einfach rein, während kein Gegner da steht und schon hat man sie. Dauert ein bisschen länger, wenn sie vorher vom Gegner kontrolliert wurden. Wenn der nördliche und der südliche kontrolliert werden, gehen von beiden Strahlen aus, und zwar in die Mitte zu einem dritten Schrein. Und dort hockt dieser kleine Trockenritter und wartet darauf, dass ihn jemand rettet. Der Indie, der ihn rettet, ist dann quasi besessen. Der wird nicht vom Drachenritter kontrolliert, sondern kontrolliert die Macht des Drachenritters, indem er sich selbst in diesen Sachen verwandelt. Ich frage mich heute, ob ich die ganze Zeit erzähle, ohne dass es mit aufgenommen wird, weil keine Musik mehr da ist. Und exakt 8 FGs die ganze Zeit angezeigt werden, normalerweise kackelt das umher. Ne, es geht weiter, ok. Für den Fall, dass alles abgehackt war, ich habe erklärt, wie die Map läuft. Nämlich, dass hier zwei Schreine sind, wenn man sie eingenommen hat, kann man gehen, gehen und sich zum Drachen verwandeln. Ihr habt mich, dann können wir nicht verlieren. Äh, das ist das Spiel, was sagt man gar nicht. Bei der gehe ich mit. Ist eine Kriegerin? Da kann ich heilen. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Ich kann leider nicht an alle erscheinen. Das nervt mich. Das nervt mich extrem. Ich suche ja immer noch nach einem Shortcut dafür. Obwohl ich genau weiß, dass es keinen gibt. Gut, der hätte jetzt so einen ziemlich erfolgreichen Trade einfach machen können. Ich bin dem natürlich erst. Tja, mein Drachen hat den getötet, kurz. Nun, das läuft gut für uns. Ein guter Kapp. Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sie. Und setzt den Drachenritter frei. Und das hat jetzt wieder den Rücken geklappt. Aktiviert die Schreine jetzt. Dann gehört die Macht des Drachen euch. Sehr gut, sehr gut. Oh, oh, oh. Der Schreiner tut ein bisschen zu mir rum. Ja, okay, die sind uns hier etwas unterlegen. Okay. Es ist immer ganz schön, wenn man sowas sagt und direkt danach verprügelt wird. Aber... ...oder so schöne Fehler macht, wie das hier eben. Aber... Und ich bin zu ungerecht. Ich drück hier öfter mal... ...auf mein Pferd. Und... ...die Millisekunde bevor ich wirklich aufsetze... ...laufe ich weiter... ...und verhause damit. ...weil auf mein Pferd. Jaех. Das ist großartig. Das ist großartig. Nicht so, was... ...wird als ein... ...ein mächtiger Dank! Ich hab keine Nivebekommen, dass wir den schon haben. Äh, leider erzählt der nicht mehr als Hate, wenn ich das habe. Verdammt, 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 verdammt. Ein gefährlicher Ende. Oh Gott, aber drüber 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 drüber, ich will nicht sterben. Ich sag, ich will nicht sterben. Sprache, auch schon ein Kick raus und halten hier. Ich kann hier leider nicht wirklich schätzlichen Waren helfen. Ja, ich hab keine Mana. Ich hab geholfen, ich hab mir einen Heilzauber gewirkt. Achso. Verdammt, verdammt. Äh, ich weiß hier noch, verdammt. Durch das Verdammt, verdammt. Ich hatte gehofft, dass ich da noch die Heilung machen kann, gleichzeitig. Aber vollkommen verhauen. Das ist der Nachteil bei so einer Art von Heilung. Als Anfänger kriegst du nicht unbedingt mit, ob du jetzt in Reichweite bist, wenn du willst. Weil den Kreis sieht, den sehe ich ja nur, wenn ich drüber gespielt habe. Und erneut. Wer wird den Drachenritter beherrschen? Ja, 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 ja. Was ich wirklich auch frage, ist, ob diese Emotes hier... Tatsächlich von den Spielern ausgelöst werden und ich einfach nicht weiß, wie? Achso, das ist der entscheidende Kumpelkämpfer. Wir haben den Umfeld nicht. Da irgendwie nicht. Oh Gott. Da seht ihr es. Ich bin die Beste. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gut, jetzt haben wir das hier. Und sobald ich weniger Leben habe als meine Verbündeten, kann ich die nicht mehr richtig heilen. Bitte, dann kriege ich die Heilung auf mich und soll dich auf mich gehen. Das kann ich nicht mehr sehen. Oh, ich kann die Hände nicht mehr durch. Ich habe D-Wallet-D. Oh, ich habe D-Wallet. Oh, ich habe D-Wallet. Oh, ich habe D-Wallet. Aber das Opfer, das unheimliche Opfer, ich gebe es zu, hat dafür gesucht, dass Kerrigan den Doppelkrieg gemacht hat, den Schrein übernehmen kann und dadurch kann eben kein gegnerischer Wachen kommen. Das heißt, dieser Tod war in Ordnung. Nein, aber nicht mehr genug. Oh Gott. Ohohooo. Eigentlich ist die Heilung zu voller. Ja. Das war's. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von dir, die... Was sei denn das? Wenn ich schon auf die Heilung verzichte, dann will ich auch den übermächtigen Drachen, der hier auf die Saus kommt und das Fake dominiert. Nicht diesen Drachen, weil du kennst. Wir brauchen der auf unserer Seite jetzt. 4 Kilo. Okay. Wir haben 4 Leute erledigt. Das ist schonmal etwas. Ich scheine euch überlegen zu sein. Ja, der da oben müsste jetzt irgendwie noch abhängig werden. Oder es müsste direkt durchgedrückt werden. Eins von beiden. Eigentlich durchgedrückt wäre doch besser gewesen. Ja, oder die Idee. Die Verseil zu übernehmen, damit man ein bisschen Druck auf beiden Seiten permanent hat. Gut, dann tank mal. Ich bin da jetzt relativ nützlos. Weil ich wirklich nur heilen kann und eigentlich, wenn es hier zum Kampf kommt, dann sollte man keine Heilung irgendwie brauchen. Oh, noch einer. Die Abflinkzeiten kommen mir aber sehr kurz von den Drachen hier vor. So, jetzt kann ich noch verleihen werden. Also, wir können heute wieder nehmen. So, jetzt. So, das läuft. Der Drachen. Oh, ne, der Drachen kommt nicht. Oh, der Drachen trifft. Erhebt euch wieder und recht euch. Und jetzt sah auch gar nicht so uncool aus. So kann ich tatsächlich kommen. Kommt. Ja, los, Tüch-Team. Sehr gut. Unten ist jetzt natürlich etwas schlecht. Oh Gott, unten ist ja schlecht. Oh, du musst jetzt was machen. Nicht wieder. Hier. Sehr gut. Die ist zwar an sich nicht tanky, aber rennt direkt rein. Das ist genau das, was wir jetzt auch brauchen. Und das ist das nächste noch brauchen. Ah, nicht schnell. Oh, schade. War an sich natürlich richtig gehandelt. Ja, der ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, da sind wir jetzt nicht drauf. Pfeifen. Weiß ich euch, das ist recht. Ja, nehmt. Oh, das ist der Wegkampf. In der Base. Aber ist natürlich ein richtiger Pusher, der Kampf, ne? Das war knapp, aber gut. Sehr gut. Das kommt nicht komplett gleich zurück. Was ist das? Was ist das? Ach so, da ist die da. Da oben bleibt es gut. ahhh. Ah, da habe ich jetzt keine Ahnung. Das war's. Ach so, ich könnte das nicht sein. Ah, ich könnte das nicht machen. Schön. Nicht gut. Oh Gott. Ah, da konnte ich der jetzt nicht weiter folgen. Ich meine, okay, ich hätte gefällt, aber es wäre selbstmord gewesen. Und das mache ich prinzipiell ewig ganz so ewig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ein Held ist in die Schlacht zurück. Ich hätte so oft zu stark gestorben, weil ich zwar meine Kraftfähigkeit, gut, sie hat ihn geslowt, aber sonst quasi nicht so effektiv, wie sie hätten sein sollen. Oh Gott. Ups, die Ticke. Ach, ich liebe Abenteuerungen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin der Schlacht. 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 Oh Gott. Blutrausch ist vorüber. Autsch! Blutrausch! Okay, habe ich jetzt so meinen Lebensbalken vollkommen außer Acht gemessen die ganze Zeit und wart die ganze Zeit schon da am Ende, oder? Haben die mich gerade quasi one-hitted, dadurch dass sie so schnell hinterlande gehafen haben? Oh nein, ist gut. Jetzt hat die den, zum Ausersehen, das Camp direkt geschenkt. Und die können das sehr gut gebrauchen. Gut, ein Report für Kikuku. Ich bin jetzt nicht sicher, ob Nora den Kikuku, oder die Montise, die die Diski beschimpft hat. Und deswegen, solange die nicht nochmal verlangt, reporte ich die erstmal nicht. Nein. So, was ist los? Warum fällt mir nicht darauf? Und warum auch noch so? Wen ist so viele Leute gebrauchen? Okay, das ist definitiv ne... Es ist nicht so das Beste. Es ist eben auch die Unterstützungsfähigkeit eigentlich. Ihr habt ein Vorverloren. Was ist das Beste? Euer Gegner hat eine Festung zerstört. Eure Titadelle wird angegriffen. Dein Gegrömer hat eine Festung zerstört. Eure Titadelle wird angegriffen. Ah, jetzt haben wir die Inte rumgebracht. Ich bin jetzt in einem Fall schluss über die Besten. Ich bin jetzt in einem Fall schluss oder hier in einem Fall schluss. Ich bin jetzt in einem Fall schluss auf das Beste. Ich bin jetzt in einem Fall schluss. Ich bin jetzt in einem Fall schluss. Ist denn das Beste oder die Empfehleuer werden? Das ist jetzt der erste richtig heftige Flavor, den ich in dem Spiel hatte, und das ist die es ist 22 glaube ich also alles andere war noch in dem maße in dem man bei League of Flashes aufgehen kann und nicht mal wirklich erst jetzt bin ich wieder dahin wie ich jetzt zurückbleibe und verzeuge die Lanes zu treffen wobei ich die ungrünsigste Wahl dafür bin auch nicht die ungrünsigste wir haben noch einen anderen etwas besser Vega ist theoretisch auch einer los ich vergesse da unten dass der Rachen ja nicht nur zum Heilen ist sondern auch Schaden macht ursprünglich ist er sogar nur zum Schaden machen bis man das Teil im Kampf genommen hat wir haben jetzt ziemlich aufgerollt ich glaube wir hatten zwar einen Level-Quartei aber der ist natürlich jetzt hin die Drachen werden wieder die Drachen knallen wir heute abenteuer ok ich kann nur in der Reifreiter ja ich kann auch in der Reifreiter nur wirklich Was ist das? Sieht mal, ein Blümchen! Hab Dank, Heiler! Hier stoßen jetzt vielleicht die zwei von Pächer-Camps aufeinander, damit haben wir natürlich ein bisschen Freude an der Stelle. Da habe ich die Befürchtung, dass die irgendwas ganz ganz Böses gerade vorhaben. Weiß sie nicht. Meinst du? Ja! Soll ich dich! Fremd werden die Schreine erwachen! Na okay, da hat mich geglaubt, das war ein Kriegel. Etwas, wer vertrauen wird in den Krieg. Ist jetzt das wichtig, dass wir mindestens einen unter Kontrolle hatten? Okay, ich habe jetzt die ganze Zeit mit meiner W rumgepailt. Und die waren die Schläge. Diese Art der Heilung kriegt man nicht. Ich muss meine Leute anvisieren können, genau um zu gucken, wer ich jetzt wirklich heile. Deswegen spiele ich Sona auch nicht so gerne. Ich habe jetzt keine wirkliche Chance, das nicht zu gewinnen. Erst nur der Drachen, ja. Erst nur die Teilen, ja. Beides zusammen. Nein. Ich konnte nerven weiterhin, dass ich die Gegner nicht auch anstrengen kann. Ja. 300 Gold. Und ne Stufe. Ja, Stufe 10 schon. Neue Stufe 12 bekommen. Neue Stufe 12 bekommen. Neue Spieler Stufe 2000 wahrscheinlich. Quasi Premium. Für die nächsten 7 Tage. Das heißt, das trifft sich ganz gut. Dadurch, dass ich sowieso kein Skleiser überspringen kann. Kann ich ja ein bisschen öfter dazu spielen. Ja, und in zwei Leveln bekomme ich dann eben auch einen weiteren Platz in der Halden-Votation. Das heißt, ich kann da ein bisschen mehr. So, guck mal. Die Statistik. Das finde ich übrigens nett, dass man hier in der Übersicht ist dann. Aber weil nicht direkt diese Statistiken hat. Ich lese die mir gerne durch. Allerdings in Leap of Legends kann ich mir durchaus vorstellen, dass es einigen Leuten nicht gefällt, eben direkt auf dem Statistiken-Votation zu sein. Oh, Mats. Und... Bei den anderen war es noch... Äh... Was ist jetzt da? Ich hatte doch... Achso, ich hatte... Ich habe aus Versehen auch Blockierung gekriegt oder was... Oh... Ah nein, hier steht's. Sendung... Äh... Meldung wurde gesendet und so weiter. Gut, äh... Das war jetzt natürlich eine unschöne Erfahrung. Der erste Flamer ist immer doof. Generell sind Flamer immer doof. Flamet mich. Ist nicht schön. Was wollte ich? Ich wollte mich verabschieden. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Und... Ja, würde mich über Kommentare freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder in einem der Videos, also der Parallel-Videos in eine der anderen Reihen. Irgendwo sehen wir uns schon. Lebt wohl! Ja. Ja. Ja.